So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Mit Pause? Mit Pause, aber erstmal Gas geben. Spray! Halt! Halt doch an ey! Halt doch an! Mein okay, ist ein bisschen anders gesprungen als eigentlich sollte, aber... Ah, wir sind hier oben drauf! Schon mal schön. Oh, das wird schön. Das wird auch schön, ja. Das wird auch wieder schön. Oh, was haben wir denn? Mehr als ein Ganzes. Jetzt war es schon scheiße, jetzt stimmt nämlich die ganze Dings nicht mehr. Da haben wir die Kraft doch, glaube ich, verändert, ne, damit. Oh, danke! Boah, danke! Boah! Beide. Oh. Oh! 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 Oh, komm! das war falsch der sollte nicht keine kraft dazu scheiße wieder von selber vergeigt bremse sollte rein die bremse sollte da rein mann ja da sollte das schlacht vorher liegen ungefähr das ist auch nicht passieren dass man wieder verschenkt hier we go we begin the ninth hole now ninth hole bunkers down the left will not come into play and this green sits below the players on their second shot we have seen birdies made here in the past but they are really difficult to come by looks like this one's hitting safely for the fairway this one from about 160 yards out looks like they're going with the pitching wedge attaboy good shot scorecard filled with threes never hurts good putt to make this so kein ganzes dreiviertel ist es so 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 lovely position for our leader here rich out in front but a few holes to go yes but if they start thinking about it that's where the danger happens they have to keep their head down and keep playing on the front foot if they want to see this thing home this one looks to be heading down the runway okay 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 mm Das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Der Echt. that is unforgiving as it slopes from back to front quite severely birdies are hard to run by as pars can be as well great shot Henny, you had the chance to have a look over this one 15 feet out he's been staring this one down this for back to back birdies oh get excited this could go in thank you thank you I like it two in a row he's currently sitting in first place and after booting the last and you take the owner on the hole so that's the thing with the pause yeah bremse rein and Henny, what are you seeing down there? yeah, I've paced this he's got around 195 launch that one into space wow going with the seven this one looks like it's going down nice just testing huh that's disappointing getting ready to play their third how close was that to going down good good, good, good there we got a head of Tiger Woods here's a head of Tiger Woods Und Pizza macht sie uns auch. Uh-huh. Das ist wirklich solid, was sie wollten. Solid, kurzer Dank solid, wie Annie. Kurzer Dank solid, sehr schön.